hallo und ein nicht so schön start in die neue woche für uns auf jeden fall ja das fängt ja hier schon super an haben sie hat glaube ich fieber ich habe gerade mal im po gemessen und da wurde gleich wieder mit mir diskutiert dass er nicht im po gemessen wird sondern im ohr oder was bei dir ich habe schon gar nicht diskutiert auf jeden fall po 39 für mich ist fieber fieber immer nicht so schlimm ich denke fiebern lassen aber es kann halt auch andere gründe haben weshalb der fiebert deswegen einfach mal kurz abklären lassen wir fahren jetzt kurz ins krankenhaus als ich befürchte einfach nur dass der zahl kriegt aber um noch mal zu sicher zu gehen vielleicht hat eine ohrentzündung oder irgendwas mit dem rachen keine ahnung war verschwitzt und war irgendwie bist du krank oder so wir sind jetzt im krankenhaus angekommen ihr müsst euch das so vorstellen und diese uhrzeit hat natürlich keine praxis mehr auf deswegen wird man ins krankenhaus gefahren jetzt wollen wir mal schauen was der kleine mann hat aber wie gesagt ich befürchte es ist der zahl hier ist auch schön ausgeschildert wo man lang muss das war ein handy nahen aber da ist nichts ne auf jeden fall hat der arzt ihn jetzt untersucht er meinte da ist jetzt nichts dolles komm ach mal ja und hast du dir schon telefonen maschmark glasen da seht ihr wieder und stimmigkeiten zwischen uns ich sag kein telefon er sagt aber mich bedrehe ich denn auf mich wird einfach nicht gehört es ist eine ausnahme er kriegt heute das handy ne toll dann gewöhnt er sich da voll dran und will das nur noch haben wenn er heult weil hat der kleine pups jetzt nichts gravierendes er jetzt eine kleine spritze gekriegt vorbeugend verstehe ich jetzt auch nicht ich bin zwar kein arzt aber mein mutterinstinkt sagt jetzt einfach gar nix machen fiebern lassen och chiller baby ja aber auch nur weil er so aussieht wie ich da ruft einer an da fände man nicht so wir sind jetzt hier gerade in der apotheke und da drin ist rambazamba es ist so viel los ich kann es euch jetzt gar nicht zeigen weil hier einer schön davor parkt aber ja wir wollten zur sicherheit noch mal was zu hause haben falls doch irgendwas ist dass wir dann was da haben zäpfchen oder so ich habe auch heute so ein bisschen bauchschmerzen ich weiß nicht ob das blähen muss oder weiß ich nicht mein bauch fühlt sich so dick an so aufgebläht naja jetzt geht es ab nach hause und ich bin auch sehr müde so ein wunderschön guten morgen legte dem kind einen topf und hielt ein bisschen von diesen dingern dahin dann spielt er wie ein irrer damit kaufst du teures spielzeug guckte das nicht mehr mit dem popo an aber bei sowas komischerweise ja also unsere nacht verlief relativ gut ich habe ich habe ihm jetzt nichts weitergegeben und er hat zweimal aufgewacht was er sonst normalerweise nicht macht aber mein mutterinstinkt hat mir einfach gesagt dass er eigentlich nichts hat aber lieber noch mal sicher gehen und das war eigentlich ganz okay so erstmal fertig machen und wir wollen in den park dann nehmen wir eine hängematte mit und ein bisschen chillen weil es ist relativ heiß hier draußen und ja ich danke euch für den tipp mit dem zukleben des mikrofons ey leute es war der beste tipp überhaupt jetzt ist es wenigstens nicht mehr so laut ich wünsche das scheiß spielzeug hier wäre auf deutsch gewesen aber leider ist es ein bisschen schwierig hier deutsches spielzeug zu finden ich war hier gerade mich am schminken und haben sie hat hier einfach mal mehr beautyblende abgebissen aber ein glück konnte ich das noch aus seinem mund entfernen weil das ist ja auch voller bakterien ich glaube hier wird einer make-up artist wenn er groß ist so mein lieben unser auszug ist leider ins wasser gefallen und wir haben leider besuch gekriegt und dann konnten wir leider nicht zum picknicken und nicht mit der hängematte raus aber egal wir waren gerade beim fotografen und ich muss sagen gefällt mir absolut null irgendwie habe ich das gefühl das bin nicht ich oder man sieht sich einfach im spiegel immer anders ich brauchte auf jeden fall ein paar passbilder weil wir morgen was großes vorhaben ich bin auch schon sehr sehr aufgeregt und seid gespannt was es ist dann würde ich sagen wir sehen uns morgen so mein lieben ich bin jetzt noch bei oma und ihr müsst das hier sehen das ist ein die bude ist voller frauen ich kann es euch jetzt gar nicht zeigen also es sind glaube ich 20 frauen und ich suche hier gerade das weite weil das ist so einfach mal gar nicht mein ding ich packe jetzt hier gerade hamsas tasche ich bin jetzt raus aus zu hause haben sie eingepackt und wir sind jetzt unterwegs was sie ganz schönes machen auf jeden fall 20 weiber zu hause und dann bist du da die braut und dann bist du erstmal ins kreuz verheer genommen hatte ich jetzt gar keinen bock drauf deswegen bin ich gleich raus mag ich ja sowas gar nicht also das ist ein türkischer küm das heißt die frauen treffen sich einmal im monat und geben jedes mal je nachdem wie viel sie veranlagt haben sagen wir mal jetzt 100 lira hier bei jedem treffen 100 lira dann an den gastgeber also ihr müsst euch das vorstellen wenn dann zehn leute kommen das hat man dann als gastgeber auf einmal 1000 lira in der hand so aber beim nächsten besuch einen monat später musst du dann die 100 lira wieder abgeben weil es ist eigentlich sowieso ein kredit ne dann treffen die sich halt alle einmal im monat und ja lästergruppe würde ich jetzt einfach mal sagen das ist so einfach mal gar nichts für mich wir sind jetzt hier angekommen und zwar Amt in Aksadai so und die schöne nachricht ist dass ich mir was gekauft habe ja da bin ich jetzt auf jeden fall mit meinem ausweis hin und das wird jetzt sozusagen auf mich geschrieben ich weiß jetzt nicht wie das auf deutsch heißt ich habe es total vergessen ja aber was ist es was habe ich mir aber gekauft was machen sie jetzt hier auf dem feld das braucht ihr euch wahrscheinlich ja wir haben ein bisschen angelegt und haben uns ein stückchen land gekauft also der eine oder andere kauft sich eine gucci tasche wir kaufen uns einfach mal ein stück lämchen ja ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich was wird sie denn damit also wenn hier dann mal alles dann gerade ist dann könnte man hier glatt ein häuschen drauf bauen aber wir haben es in erster hinsicht jetzt hier zur anlage gekauft um ein bisschen Geld anzulegen um es zu verdoppeln zu vervierfachen weil was wir heute kaufen was wir heute kaufen kann in 10 Jahren ganz ganz viel wert sein und ja momentan ist das alles noch relativ günstig und wer weiß wie viel das hier in 10, 15 Jahren oder gar schon nächstes Jahr wert ist und deswegen haben wir uns gedacht holen wir uns ein Stückchen Land so ihr lieben nach der Besichtigung von unserem Stückchen Land sind wir jetzt hier in einem Kulturpark angekommen beziehungsweise in einer Familie in Chai Bach hier kann man dann sitzen sich so ein Chai bestellen und Chicken Deck essen und Kuchen bestellen und Eis essen wir lassen uns das jetzt gut gehen und ich glaube ich nehme jetzt diese Chicken Deck Okay. Und dann lassen wir uns das gut gehen. Oh. Das war mir so gut. Ja, da hat jemand das Laufen für sich entdeckt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, super. Toll, Hamza. Klasse. Und nochmal. Ja, supi. Klasse. Einen wunderschönen guten Morgen. Das war gestern so schön und es hat uns so Spaß gemacht bei diesen Darmbefahrten. Und heute habe ich was ganz Schönes vor und zwar eine Hydra-Facial-Behandlung. Ja, ich möchte auf jeden Fall, dass das alles mal wieder ausgereinigt wird, gepielt wird und so weiter und so fort. Und ich nehme euch heute mit. Und das Ding ist halt, dass in Istanbul die Behandlung 400 TL kostet und hier nur 150. Da lasse ich mir nicht hingehen. Dann habe ich das lieber hier jetzt machen lassen. Das war jetzt mal JavaScript. Ja, genau. Ja, das war jetzt пока. Ja, genau. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So ihr Lieben, ich habe jetzt die Behandlung hinter mir. Ich wünschte, das hätte noch ein bisschen länger gedauert. Und ja gut, da ich das ja auch gelernt habe und auch Kosmetikerin bin, weiß ich ja, wie das abgeht. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie das alles ein bisschen erklärt hätte. Dass sie die jeweiligen Schritte erklärt hätte. Und dass sie zum Beispiel die Maske einmassiert hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, diese Entspannung hätte ich noch mehr genossen. Also sie hat leider nicht so gut massiert, beziehungsweise sie hat gar nicht massiert. Eine halbe Minute. Und ja, es war okay. Also es war jetzt nicht das Beste vom Besten, aber es war okay. Und ich zeige euch jetzt, wo ich war. Das ist der Laden. Ich würde sagen, auf jeden Fall sehe ich ganz schön mitgenommen aus. Und ja, aber es tat auf jeden Fall gut. Und ich würde es euch auf jeden Fall als Muddi oder allgemein auf jeden Fall ein bisschen empfehlen, jetzt auch Zeit für sich zu nehmen. Und ich würde es euch so gehen.